Unser Seehotel Düne liegt im malerischen Ostseeheilbad Kralmüritz, direkt an der Ostsee. 28 liebevoll eingerichtete Doppelzimmer sowie zwei Apartment, teilweise mit Seeblick, laden zur Ruhe und Entspannung ein. Diese finden Sie natürlich auch in unserem Sauna- und Wellnessbereich. Unsere Masseurin verwöhnt Sie auch gerne mit einer Rücken-, Ganzkörper- oder Honigmassage. Überhaupt, Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Verschiedene Arrangements wie Basenfasten, Insulintrennkost oder der Vitalurlaub, gesund fit bleiben, können bei uns gebucht werden. Besonderen Wert legen wir vom Seehotel Düne auf gesunde, saisonale und regionale Küche. Unsere Bio-Ecke zu unserem reichhaltigen Frühstücksbuffet ergänzen wir mit selbst gebackenem Dinkelbrot. Täglich backen wir auch hauseigenen Kuchen, den Sie dann auf unserer sonnigen Terrasse genießen können. Ein Salon mit Kamin steht Ihnen für Feierlichkeiten zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Ihr Team vom Seehotel Düne in Kralmüritz. Kuchen ist Sie dann für die Kroneel Düne in Köln. 5-2-2-2-1-2-1-2-2-2-4. Kuchen ist Sie dann für die Kroneel Düne in Köln.